hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal wir haben ein spiel aber ausgeschaltet im modus was dazu gestoßen ich habe jetzt auch eine neue waffe am start ich habe die per zufall von jemanden genommen der die gedroppt hat und ich kam damit eigentlich ganz gut zurecht nooo ok ok alles klar ja support das ganze das wäre ganz nice, Däumchen hoch und ein Abo wäre auch ganz nice aber haut noch was in die kommentaren an ist ja ganz nice so hoch zur Hölle machen wir mal folgendes fuck ok die idee war da die umsetzung war blöd aber echt nur diesen trupp zwei trupps sind voll sprengsatz an einsatzziel bertha platziert das ist doch tatsächlich reingekommen ohne müsste fragen der feind hat den sprengsatz an einsatzziel bertha entschärft ich habe hier immer noch nicht gut auch nicht gut die ich nichts ich kann ich kann ich kann es das hätt ja klappen können ach hör doch der hat es auf mich abgesehen der panzer wäre jetzt ganz nice tja was soll ich machen der feind hat den sprengsatz an einsatz mit der keule wir haben es endlich mal geschafft hier hinzukommen hoppala shit jawohl wir haben beide einsatzziele erobert bleiben wir liegen in der position ist ein wachsort wow danke vielen dank Oh Gott, ich brauche unbedingt die Polizei. Ich brauche mal die Tür und Beeilung! Ich brauche mal die Tür und Beeilung! Ah! Giesabelle ist aber tot. Gut. Was sagen die Trupps? Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Mist. Wir haben Einsatzziel Bertha ausgeschaut. Wowie, wowie, wowie! Yes! Wir haben beide Einsatzziele erobert. Kurz hier. Was geht ab, Freunde der Nacht? Hä? Ist das Hammer oder ist das Hammer? Shit. Ja, ja, okay. Attaciert die neuen Einsatzziele. Woos dati, Soldat! Die sind für du alle! Woos dati, Soldat! Monizion, zu mir! Wow! Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Wir rocken den Shit hier auf jeden Fall. Wow. kacke kacke 98 unterlebt noch ich bin letzter mit sieben zu sechs wir haben einsatz ziel weiter ausgeschaltet sprengsatz an einsatz ziel albert platziert der feind hat den sprengsatz an einsatz ziel albert entschärft sprengsatz an einsatz ziel albert platziert so so Das ist ein Hammer. Das sieht gut aus. Oh shit, oh shit, oh shit. Ach, nee. Ah, ne, ich will hier runter. Ich geh wieder runter. Ups. Ich geh wieder runter, ich geh wieder runter, ich geh wieder runter. Was ist das? Äh. Was? Ach. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Sprengsatz an Einsatzzz. Nein! Wir haben Einsatzziel Bertha aus. Ich werfe dran Achtung. Wartet, bis die feindliche Artillerie das Feuer einstellt. So, mach das! Wir haben die Bertha! Für dich, komm! Erste Hilfe! Was? Attackiert die neuen Einsatzziele. Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ach, nee. Okay, Liebe, da kann ich mir noch nichts verkaufen, ne? Da kann ich mir nur nichts verkaufen! Okay. 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 Ja, das ist halt, ne? Ah, ja nichts. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Okay. Oh nein, ich habe einen Schwer. Alles. Hä, wie ist das so? Ich bin dabei, chase da. Wir fahren jetzt auch mal. Ich bin dabei. 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 fuck wir haben einsatz ziel albert ausgeschaltet weiter geht's weiter geht's einsatz ziel bertha platziert der feind hat den sprengsatz an einsatz ziel bertha jawoll ok ok ja ach nee das war auch einer von denen mist mist ich hab keinen bock von hinten zu starten danke danke ok nein ich jag mich selber in die luft ich habe keinen bock auf dem pferd oder komm hat ja sonst keiner oder hallo und um 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 auch um co Hier ist keiner. Ist hier einer. Krieg ich den? Ich meinte ja. Nein! Schade. Kann ich auch hier spawnen, ey. Yo, yo. Wir verpacken kurz vor Schluss, ne? Eins verloren. Egal. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertet es, ne? Lasst ein Däumchen da. Schreibt was in den Kommentaren. Vielleicht macht ihr auch ein Abo. Wäre ganz nice. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.